Test, eins, zwei, drei. Kamera läuft. Wir führen Ermittlungen über einen Patienten, der 78 an Halloween vier unschuldige Teenager ermordet hat. Er wurde von seinem Psychiater angeschossen. Noch in derselben Nacht festgenommen. Und sitzt seit 40 Jahren in Haft. Hallo Michael. Ich habe etwas, was Sie vielleicht sehen wollen. Zum Jahrestag ist keiner aus der Familie zurechnungsfähig. Ich meine, deine Großmutter ist Laurie Strode. Sie wurde fast ermordet. Hat nicht ihr Bruder all die Babysitter ermordet? Nein, das war nicht ihr Bruder. Das haben die Leute erfunden. Wissen Sie, dass ich jede Nacht dafür bete, dass er ausbricht? Wieso um alles in der Welt tun Sie das? Damit ich ihn umbringen kann. Dad, pass auf! Der Bus hat den Unfall. Mom, welcher Bus hat den Unfall? Michael ist entkommen. Tut mir leid, hier ist besetzt. Hallo? Nein, bitte nicht! Er hat auf diese Nacht gewartet. Er hat auf mich gewartet. Ich habe auf ihn gewartet. Schnell, lauf nach Hause und bleib drin! Sie glauben nicht an den schwarzen Mann? Nein. Er ist hier! Michael! Das sollten Sie. Kannst du die Schranktür zumachen? Nein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020